Liebstadt ist eine im Übergangsgebiet von Osterzgebirge und Elbtalschiefergebirge gelegene Landstadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Mit etwa 1400 Einwohnern ist sie die kleinste Stadt Sachsens und weist auch die geringste Bevölkerungsdichte aller sächsischen Städte auf. Geografie Das Gemeindegebiet von Liebstadt befindet sich etwa 15 Kilometer südwestlich von Pirna. Es umfasst vor allem den zwischen der Müglitz und der Seidewitz liegenden Höhenrücken. Die Stadt Liebstadt selbst befindet sich in einem schmalen Teilkessel am Zusammenfluss der Seidewitz mit dem Döbrierbach auf etwa 333 Meter Ü. NN Die ländlichen Ortsteile sind aber alle hörgelegen und reichen bis auf 583 Meter Ü. NN Der niedrigste Punkt befindet sich auf 208 Meter Ü. NN im Müglitzteil nahe Mühlbach. Einige markante Erhebungen auf dem Stadtgebiet sind die Napoleonschanze bei Herbergen, der Käferberg, der Galgenberg, der Ziegenrücken und einige namenlose Erhebungen im Süden. Die im Raum Liebstadt lagernden Untergrundgesteine sind dem Freiberger Grauengneis zuzuordnen. Dieses Gestein entstand im Laufe der Heraushebung des Erzgebirges bei der Umwandlung älterer Sedimente unter hohem Druck. Nördlich von Liebstadt befindet sich mit dem Elbtalschiefergebirge ein schmales, aber auf engstem Raum geologisch vielgestaltiges Übergangsgebiet zur Elbtalweitung. Widerstandsfähige Granite und Porphyre bilden schmale Höhenrücken mit Herdlingsgruppen. Naturräumlich gehört das Gebiet um Liebstadt dem unteren Osterzgebirge an. Das Oberflächenbild wird durch die weiten Reliefenergie schwachen und nach Süden hin ansteigenden Gneishochflächen geprägt. Sie werden von Flüssen und Bächen zerschnitten, die konsequent der Abdachung des Osterzgebirges folgen und die Hochflächen zum Teil stark zerschneiden. So hat sich zum Beispiel die Seidewitz zwischen Liebstadt und Pirna in einzelnen Abschnitten als Durchbruchstahl über 70 Meter tief in die Untergrundgesteine des Elbtalschiefergebirges eingeschnitten und dabei einzelne Felsklippen freigelegt. Im Raum um Liebstadt liegen die Jahresmitteltemperaturen zwischen 7 und 8 Grad Celsius und im Mittel werden 750 zu 800 Millimeter Niederschlag im Jahr erreicht. Etwa 10 Prozent des Niederschlages können als Schnee fallen. Die Vegetationsperiode ist im Schnitt über 200 Tage lang. Für die Bodenausbildung sind Braunerden- und Braunstauglei dominierend. Die vergleichsweise günstigen naturräumlichen Bedingungen haben die Besiedlung des Gebietes bis in die Kammlagen des Osterzgebirges frühzeitig gefördert. In der Folge führten landwirtschaftliche und bergbauliche Nutzungen zu einer großflächigen Entwaldung der Region zwischen Elbtal, Liebstadt und Osterzgebirgskamm. Dadurch begünstigte Hochwasser haben in der Vergangenheit wiederholt, zuletzt insbesondere 1927 und 2002 schwere Schäden verursacht. Deshalb wird die Seidewitz zum Hochwasserschutz südlich von Liebstadt seit 1967 durch ein Rückhaltebecken gestaut. Liebstadt ist eine der kleinsten Städte Sachsens und besteht aus den acht Ortsteilen Waltersdorf, Döbra, Bertelsdorf, Liebstadt, Herbergen, Seitenhain, Großröhrsdorf, Bienzdorf. Geschichte Die Geschichte der Stadt ist untrennbar mit der des Schlosses Kuckuckstein verbunden. Bereits unter Heinrich I. wurde die Burg vermutlich zwischen 930 und 940 erbaut. Sie beherrscht damit die Handelswege von Pirna über das Seidewitztal nach Börnersdorf und dann weiter auf der alten Dresden-Teplitzer-Poststraße nach Breitenau und Fürstenwalde über den Kamm des Osterzgebirges nach Kulm in Böhmen. Diese Strecke ist weniger anstrengend als der Weg durch das Mügletztal von Donau über Bärenstein, Lauenstein und Volzdorf nach Graupen und wie die östlichere Strecke über den Geiersberg und nur wenig länger als der Weg über den Nollendorf-Kulmer-Pass. Die Entstehung der Stadt ist dabei sehr eng mit den Burggrafen von Donau verbunden. Sie waren ein edelfreies Geschlecht, welches durch Kaiser Friedrich I. mit der reichsunmittelbaren Burggrafschaft Donin belehnt wurden. Der erste nachweisbare Besitzer von Liebstadt war Otto von Donau, der am 19. Oktober 1286 Liebstadt an das Bistum Meißen verleiht. In dieser Urkunde wird nur das Städtchen, nicht die Burg erwähnt. Auch die heutigen dörflichen Ortsteile sind wie alle Dörfer der Region größtenteils im 13. Jahrhundert als Waldhufendörfer entstanden. Liebstadt wird erst wieder 1410 erwähnt, nachdem die Doninsch in der Donarischen Fede 1402 dem Meißener Markgrafen Wilhelm I. unterlegen waren und damit alle ihre Besitzungen verloren hatten. Der Markgraf belehnte die Brüder Günther und Heinrich von Bühnau für ihre Treue zu ihm und ihre militärischen Verdienste unter anderem auch mit Liebstadt. Die Bühnaus werden bis 1691 die Geschicke der Stadt und ihres Umlandes lenken. 1492 erhält Liebstadt erneut das Stadt- und Marktrecht. Das Schloss und damit auch die Stadt wechselt seinen Besitzer nach den Bühnaus mehrfach, bis das Schloss 1774 von Hans Karl August von Karlowitz ersteigert wird und bis 1931 im Besitz der Familie von Karlowitz verbleibt. Natürlich wurde auch Liebstadt und die Dörfer in der Umgebung von den kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Hussiten. Im Dreißigjährigen und im Siebenjährigen Krieg und im Napoleonischen Krieg hat von Verwüstungen, Not, Elend und Krankheiten betroffen. Das heutige Stadtgebiet entstand mit der Sächsischen Gemeindegebetsreform von 1994. 2000 haben sich die Städte Bad Gottläuber Berg-Grieshübel, Liebstadt und die Gemeinde Baretal zu einer Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlossen mit Bad Gottläuber Berg-Grieshübel als erfüllender Gemeinde. Wappen und Name Das Stadt Wappen zeigt in Rot eine grüne Lindenstaude mit sieben silbernen Lilien. Es wird im frühen 16. Jahrhundert erstmals erwähnt und lehnt sich an die Lilien im Wappen der früheren Schlossbesitzer der von Bühnaus an. Bei der Übernahme von Schloss und Stadt fügte Hans Karl August von Karlowitz 1774 dem Wappen eine Adelskrone und einen die Lilien umrankenden Lorbeerkranz hinzu. Der Name Liebstadt kann als Synonym für eine liebliche Städte gedeutet werden und verweist vermutlich auf die geschützte Tollage. Als Schreibweisen sind Die folgende Tabelle gibt die Einwohnerentwicklung der gesamten Stadt unter Berücksichtigung der Eingemeindungen wieder. Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung der Ortsteile sind in den Ortsteilartikeln enthalten. Zusammenstellung nach BLASCHKE 2003 Freunde und Förderer von Schloss Kuckuckstein e. V. 2002 MEI CHE 1927 und Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen ab 1991 Stand zum 31 Geschätzt nach überlieferten Hauszahlen aus dem 16. Jahrhundert VGL Errechnet nach Steuerlisten VGL Stand Gedenkstätten Grabstätte auf dem Friedhof des Ortsteiles Döbra für einen Wehrmachtssoldaten namens BRASCH der noch am 8. Mai 1945 in der Nähe von Bertelsdorf von SS-Männern ermordet und später in Döbra begraben wurde. Politik Seit der Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 verteilen sich die zwölf Sitze des Stadtrates folgendermaßen auf die einzelnen Gruppierungen CDU Sechs Sitze Freie Wählervereinigung Liebstadt Fünf Sitze Wählervereinigung Bürger für Liebstadt Eins Sitz Kultur, Sport und Bildung Sehenswürdigkeiten Liebstadt Schloss Kuckuckstein Liebstadt e. V. Luth Kirche Döbra E. V. Luth Kirche Schneckenmühle ERSTM 1555 Urkundlich erwähnt Liebstadt Schloss Kuckuckstein mit Freimaurerloge, Heimatmuseum und Rittersaal E. V. Luth Kirche Liebstadt Die spätgotische flachgedeckte Saalkirche stammt aus dem 15. Jahrhundert. In ihrem Innenraum befindet sich U. Arr, eine Sandstein-Renaissance-Kanzel, ein wertvoller dreiteiliger Altar mit Bildtafeln eines niederländischen Meisters sowie ein spätgotisches Sternengewölbe, Turm Windmühle. An der Straße nach Döbra befindet sich die Ruine einer der letzten Windmühlen im Osterzgebirge. Sie war bis 1870 in Betrieb, königlich-sächsischer Meilenstein vom Postkurs Pirna Liebstadt aus der Zeit von 1859 zu 65 am Schlossberg in Liebstadt. Kriegerdenkmal Ende des 19. J. Anstelle der Kur-Sächsischen Postdistanzsäule auf dem Markt in Liebstadt errichtet. Döbra-Kirche Einzelne Elemente der ersten 1346 erwähnten Kirche sind noch erhalten. Nach ihrer Zerstörung wurde sie 1507 neu errichtet. Die farbenfrohe Innenausstattung stammt aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Sehenswert sind die bemalte Holzdecke und das zinnernde Taufbecken. Schneckenmühle Schneckenmühle 1555 erstmals urkundlich erwähnte Wassermühle, seitdem 19. J. als Ausflugslokal und Pension genutzt. Seit den 1960er Jahren wurde rings um die denkmalgeschützte Schneckenmühle ein Ferienlagerobjekt errichtet, das sich beiderseits der Seidewitz das Tal entlang schlängelt. Bemerkenswert ist auch eine alte Holzscheune, die ebenfalls unter Denkmalschutz steht, da sie ohne jegliche Metallverbindungen gebaut worden ist und 2013 von Wandergesellen denkmalgerecht gesichert und restauriert wurde. Seit 1991 wird das Kinderferienlager Schneckenmühle vom Kinderdorf Schneckenmühle i. V. Betrieben der ehrenamtlich Ferienlageraufenthalte veranstaltet und außerhalb der Feriengruppen beherbergt. Kulturelle Höhepunkte und Freizeitaktivitäten Stadtfest Veranstaltungsreihe der e.V. Luth Kirche Liebstadt Veranstaltungen der Liebstädter Vereine Sportliebstädter Sportverein e.V. SG Großrösdorf e.V. Liebstadt verfügt über eine Grundschule, Wirtschaft und Verkehr. Die im 19. Jahrhundert einsetzende Industrialisierung hat die wirtschaftlichen Verhältnisse Liebstadt kaum berührt. Die Region blieb am Rande der sich im Elbtal und den Nachbarertälern entwickelnden Industriestandorte, da die neuen vom Elbtal ins Osterzgebirge führenden Eisenbahnlinien die Stadt umgingen und auch ein Straßenanschluss durch das Seidewitzdal erst vergleichsweise spät realisiert wurde. Ende der 1980er Jahre prägten folgende Unternehmen die Wirtschaftsstruktur. V. E.B. Pentacon im Kombinat Carl Zeiss jener Objekt 17 Liebstadt Herstellung von Kamerateilen etwa 50 Beschäftigte I.F. AKFZ Zubehörwerk Dresden Betrieb Steil 4 Liebstadt Produktion von Fliehkraftdrehzahlreglern etwa 45 Beschäftigte V. E.B. Solidus Dresden Vertigungsbereich Mechanik Liebstadt Herstellung mechanischer Einzelteile für technische Geräte etwa 30 Beschäftigte Meliorationsgenossenschaft Pirna Sitz Liebstadt Durchführung von Maßnahmen zur Werterhöhung des Bodens in der Region um Pirna etwa 30 Beschäftigte Bedeutendster Arbeitgeber im näheren Umfeld war aber die LPG Osterzgebirge in Börnersdorf Die mit etwa 330 Beschäftigten etwa 3000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bearbeitete und Viehzuchtbetrieb Die heutige Wirtschafts- und Unternehmensstruktur wird von Klein- und Kleinstbetrieben dominiert, die oftmals als Familienbetrieb geführt, die Zweige typisch kleinstädtischer Handwerke und Dienstleistungen abbilden. In Liebstadt und seinen Ortsteilen sind u.a. folgende Gewerbezweige ansässig Fleischer, Gastronomie, Friseur, Schlosser, Elektriker, Fuhrunternehmen, Autohandel, Lebensmittel, Drogerie, Tischler, Fahrradhandel, Küchenstudio Allerdings kommt es aufgrund mangelnder Nachfrage in Liebstadt und seinen Ortsteilen bereits seit den 1970er Jahren und verstärkt seit 1990 zu einer spürbaren Ausdünnung der Infrastruktureinrichtungen Das betrifft z.B. die Einstellung von Busverbindungen zu Tagesrundlagen und an Wochenenden und die Schließung von Dienstleistungs- und Einzelhandelseinrichtungen mangels Nachfrage und fehlender Geschäftsnachfolger In Liebstadt selbst sind im Gegensatz zu 1970 folgende Gewerbe- und Dienstleistungszweige heute gar nicht mehr vorhanden Bäcker, Bekleidungsgeschäft, Kaffee, Rundfunk- und Fernsehgeschäft, Schulladen, Tankstelle, Uhrmacher Auch von den noch 1990 vorhandenen drei Kindergärten mussten zwei schließen Aufgrund der demografischen Entwicklung muss in den kommenden Jahren mit einer weiteren Ausdünnung der Daseins-Infrastrukturen gerechnet werden Neben den oben genannten Gewerbezweigen ist auch die Landwirtschaft noch von Bedeutung Agrargenossenschaften und selbstständige Bauern bewirtschaften in allen Ortsteilen noch Flächen bzw. betreiben Viehzucht Neben diesen Zweigen haben aber nur drei nennenswerte mittelständische Betriebe ihren Sitz in Liebstadt Die Hutzl-Seide-Witz-Dahl GmbH repräsentiert im Verband der Hutzl-Gruppe das Zentrum Deutschland-Ost für Montagerei für Präzisionsdrehteile, die aus allen zersparnbaren Werkstoffen hergestellt werden Abnehmer finden sich vor allem in der Autoindustrie, Medizintechnik, im Maschinenbau und der Wehrtechnik Zu den Kunden des Unternehmens zählen auch die Daimler-Kreisler AG und die Bosch AG sowie die Ecoform-Umformtechnik GmbH Die Hutzl-Seide-Witz-Dahl GmbH ist mit etwa 90 Mitarbeitern wichtigster Wirtschaftsfaktor in Liebstadt und ein bedeutender Bestandteil im Netzwerk der feinmechanischen Betriebe im Osterzgebirge Zu diesem Netzwerk zählt auch die im Ortsteil Döbra ansässige Präzimat Feinmechanik GmbH mit ihren 18 Beschäftigten Die 1950 gegründete Firma produzierte bis 1990 vor allem Drehteile für Haushaltsgeräte Heute liegt der Schwerpunkt des Produktionsspektrums im Bereich der Komponentenzulieferung für Gasgerätehersteller und Produzenten von Armaturen, Mess- und Regeltechnik Als dritte Firma muss die Tief- und Straßenbau seit Witz-Dahl GmbH in Liebstadt genannt werden Ein Baubetrieb mit etwa 50 Beschäftigten Ansässige Unternehmen Hutzl-Seide-Witz-Dahl GmbH Fertigung Montagereifer Präzisionsdrehteile Präzimat Feinmechanik GmbH Herstellung feinmechanischer Komponenten Diese Wege bevorzugten beim Übergang über den Gebirgsrücken zwischen Sachsen und Böhmen das Osterzgebirge Da hier die Höhenlagen am niedrigsten und der ursprünglich dichte Waldgürtel des Grenzwaldes am schmalsten waren Die Wegebündel des Kulmar Steiges nutzten auch die Höhenrücken westlich und östlich Liebstadt Belegt ist zum Beispiel die Existenz eines mittelalterlichen Pilgerweges der bis zum 16. Jahrhundert vom Elbtal kommend über Donau, Burkhardswalde, Seitenhain, Bertelsdorf, Launstein und Krupka zum Kloster Maria Schein nahe Graupen in Böhmen führte Ein anderer Weg verlief von Donau über Nentmannsdorf, Herbergen, Göppersdorf und Breitenau nach Böhmen Dieser Weg erlangte ab dem 18. Jahrhundert als alte Dresden-Teplitzer Poststraße Bedeutung Neben diesen Nord-Süd-Verbindungen wurde der Liebstädter Raum auch von einer als alte Eisenstraße bezeichneten Ost-West-Verbindung tangiert Dieser nördlich der Stadt verlaufende mittelalterliche Weg verband die Eisennetzgruben um Berg Gieshübel und Bad Gottläuber bis zu ihrem Niedergang nach dem 30-jährigen Krieg mit den Hammerwerken und Hütten in den Tälern von Müglitz und Weißeritz All diese Wege hatten aber bis zum 19. Jahrhundert aufgrund wirtschaftlicher Wandlungen an Bedeutung verloren so dass Liebstadt in eine abseitige und verkehrsungünstige Lage geriet Die Stadt bemühte sich deshalb in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkt um einen Eisenbahnanschluss Planungen, die eine Linienführung durch das Seitwitzdal über Liebstadt nach Böhmen bzw. einen Anschluss zur Müglitzdalbahn oder der Strecke Freiburg-Moldawermost vorsahen kamen aber wegen mangelnder Rentabilität und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht zur Ausführung Dafür wurde das Straßennetz ausgebaut Französische Kriegsgefangene errichteten 1871 die Seitwitztalstraße nach Pirna Danach folgten die Verbindungen nach Döbra, Schlottwitz, Börnersdorf und Göppersdorf Aufgrund des fehlenden Eisenbahnanschlusses wurde Liebstadt bereits 1920 und damit vergleichsweise frühzeitig durch eine Buslinie mit Pirna verbunden Zusammenfassend lässt sich aber feststellen, dass Liebstadt aufgrund ungünstiger bzw. fehlender Verkehrsverbindungen seine wirtschaftlichen Potenziale im 19. Jahrhundert so gut wie gar nicht ausschöpfen konnte und beträchtlich hinter der Entwicklung benachbarter Städte wie Glashütte oder Berggießübel zurückfiel Die vor über 100 Jahren erbauten Straßen bilden auch heute noch das Grundgerüst des Verkehrsnetzes Unter ihnen kommt der Seitwitztalstraße als Verbindung ins Mittelzentrum Pirna und in den Ballungsraum Dresden eine besondere Bedeutung zu Der Busregionalverkehr wird durch die oberhelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz realisiert welche aber die Verbindungen in den Liebstädterraum in den letzten Jahren aufgrund mangelnder Nachfrage spürbar ausgedünnt hat Seit 2006 führt über den Höhenrück in östlich von Liebstadt in der Nähe von Herbergen die Bundesautobahn 17 Dresden-Prag vorbei Die Stadt selbst erhielt allerdings keinen eigenen Anschluss Die nächsten Anschlussstellen Barretal und Bad Gottloiber befinden sich bei Friedrichswalde 5 km nordöstlich bzw. bei Bernersdorf 4 km südöstlich der Stadt Persönlichkeiten Georg Mark Graf Januar 1644 S. Paulo de Luanda Geograf Astronom Leipatzt Doktor der Medizin und Naturwissenschaften Bedeutendster deutscher Brasilienforscher des 17. Jahrhunderts Heinrich Eichler.de Fertigte als bedeutender Silberkistler in Augsburg Prunkkabinette in Miniaturform an Christian Benjamin Geisler Rebell von Liebstadt Wortführer beim Bauernaufstand von 1790 Verfasser der Schrift Pro Memorie Karl Adolf von Karlowitz Besitzer von Schloss Kuckuckstein General unter dem russischen Zaren Alexander I. Im Kampf gegen die napoleonische Fremdherrschaft Adolf Ferdinand Heinel Homöopath in Leipzig Nachfolger von Samuel Hahnemann Arthur Hennemaler Filmografie 37 Grad Schwarze Haut Weißer Hass Dokumentation 30 Min Ein Film von Gregor Bialas Produktion ZDF Erstausstrahlung 6. November 2007 Weiterführende Informationen des ZDF